Bei Bosch gibt es drei Laufbahnen, Projektlaufbahn, Fachexperten, auch im außertarriglichen Bereich dann. Und als dritte Laufbahn gibt es noch die Führungskraft, da hast du quasi als Gruppenleiter ein Team unter dir. Dann wirst du in so eine Art Förderprogramm nominiert, das heißt bei uns Talent Pool. Und da hast du dann quasi die Möglichkeit, dich auch anhand von Trainings und Schulungen hinsichtlich der jeweiligen Laufbahn zu entwickeln.